Mann, Leute, was ist das denn schon wieder, ey? Ja, scheiße ist das. Mann, ehrlich. Och Mann, Miri! Ja, was soll ich denn machen? Mann, beobachte den doch erstmal, ey! Nein, das ist kein Chaos. Ich wollte gerade gucken. Und du ballerst sofort, du bist sofort am Ballern. Kannst du nicht, hier ist noch jemand. Ja, da sind einige noch. Oh, der hat mich. Aber die haben alle nix. Ja, aber ich bin doch verbluten. Okay, dann machen wir den schnell. Zack, eins. Ja, mein Mann, verloren. Komm her. Oh, wei. Und, komm ich zu dir. Schnell, da kommt noch jemand. Aber den kann ich abknallen, wenn er hier hinkommt. Alles klar. Mein Gott, was ein Chaos, ey. Ja, ich sag dir das. Hä? Wie muss ich dich denn jetzt hier wieder beleben? So. Mann, scheiße, ey. Ja, ich geh mal nach oben, hol mir den mal an der Leiter, der da war. Was mich nervt gerade war diese Wafferei von diesem Scheiß-Dings. Ja, ich weiß. Scheiße, ich hab alles eingesammelt. Nein, nein, ich will dich nicht. Kann nicht sein, ey. Kann einfach nicht sein. Das zweite Mal, ey. Hm. Immer dieselbe Zeit, ne? War das gestern auch um die Zeit? Weiß ich nicht. Oder war es gestern nicht später? Weiß ich nicht. Könnt ihr hier die Radarschlüssel abdollern, aber... Ja, Moment, bitte. Soll ich schon machen? Hast du dir den Sniper denn schon geholt, den Bericht? Ich hab den gesucht, aber nicht gefunden. War der oben in den Bergen da hinten drin? Ja, ne? Weil ich hatte den nämlich an der... an der... an der Geschütz gesucht. Wir hätten den mal besser... jetzt fehlt uns der Bericht. Ach, Mann. Kommen wir wahrscheinlich so gar nicht hin. Natürlich kommen wir da hin. Wenn der... in den Bergen ist, kommen wir da nicht hin. Warte mal, ich guck mal. War da oben, ne? Ja, oder? Aber hier ist da nichts. Ich muss mal irgendwas kaputt machen hier. Ja. Und weg. Bisschen nah, ne? Nein, schon, ne? Au! 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 Und da hinten sind Fragezeichen. Wo ist der Sniper gewesen? Der war oberhalb. Komm mal mit. Ich hab ihn. Ja, super. Na endlich. Ne, Tagebuch. Scharfschütze. Ist das das? Ja, ist doch fast dasselbe. Ist doch fast dasselbe. Wir gucken jetzt noch mal nach einmal. Aber von hier aus konnte er nicht geschossen haben. Wir schauen mal nach. Oder? Uns fehlt noch ein Scharfschützenbericht. Das ist genau der. Also die alle, wir haben alle Dokumente. Ja, oh, hier sind Minen. Scheiße. Uns fehlt ein Abschiedsbrief. Sonst haben wir, ne Moment. Stimmt ja gar nicht. Was red ich da? Ach, ich laber wieder Scheiße. Hier, ihn liegt da. Ich hab ihn. Ja, nimm ihn. Hast du? Ja. Da ist er. Jawohl, wunderbar. Jetzt schauen wir noch mal nach eben. Jetzt kann ich richtig nachgucken. Ich muss immer auch die... So. Uns fehlen noch zwei Briefe aus der Heimat. Zwei in die Heimat. Ein Abschiedsbrief. Drei diverse Dokumente fehlen uns. Zwei Scharfschützenberichte. Und immer noch die Adler. Wir kommen einfach nicht dazu, die Adler zu finden. Wir kommen einfach nicht dazu. Ja. So, einmal auf die Karte. Wir sind jetzt da oben. Wir haben hier unten noch ein Ziel. Die Anlage. Das ist die Radaranlage. Die müssen wir noch kaputt machen. Jawohl. Und dann ist das nächste Zielwaffe jetzt machen. Die Anlage zerstören. Kommen Sie zu mir? Ja, bin da. Okay, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ja, Leute, da tut uns leid. Ich würde mich nochmal dafür entschuldigen mit der Bufferei. Ähm. Ähm. Ja, ich hab hier ja in die Mitte. Was ist denn? Oh. Leise? Ja, ich versuch's. Ich mach mal einen leisen Kill. Hä? Okay. Der hat aber nichts gehabt. Ich nehm hier mal mit. Ich leg den mal hier so ab. Da oben ist auch noch einer. Warten Sie. Markieren. Immer markieren. Ah, in dem Moment ist der gerade in die Deckung verschwunden. Komm mal hier hoch. Warte. Der ist gerade da oben raufgerüttet. Na super, ey. Ist doch gar nicht. War doch gerade noch da. Ah, da ist er. Und hat was? Verbandskasten hat er. Komm, die Radaranlage hier machen. Ja. Warte mal. Ah, okay. Unten drunter können wir ja trotzdem noch, ne? Weiß ich nicht, ob das geht. Weil unten drunter ist noch ein Eingang. Wenn du den jetzt hochjagst, ob wir dann da noch reinkommen, weiß ich nicht. Machst du schon? Ich bin auf dem Weg. Ah, okay. Ich gucke mich gerade mal so ein bisschen hier oben, ob hier noch was zu finden ist. Ja, ich gehe auch mal unten rein. Du kannst aber mal überblicken, ob du irgendwo einen Adler findest. Das kannst du besser von ganz oben. Ja, warte, ich komme zu der Radarschüssel, also noch nicht hoch. Ja, nein, ich bin ja noch gar nicht da. Ich gucke jetzt auch mal nach dem Dings. Ob ich den finde. Da ist noch. Ich sehe zwar einen Adler, aber es wäre ein bisschen ungewöhnlich, wenn der dann wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Adler. Wo denn? Ja, komm mal zu mir dann. Aber ich glaube nicht, dass der dazu gehört. Wenn du den markieren kannst, dann ist das. Moment, ich versuche mal zu markieren. Nein, kann ich nicht markieren. Okay. Dann ist das nicht. Aber ich markiere mal die Fahrzeuge, ja? Ob der Soldatfahrzeug dabei? Nein, Feuerleitradar am Boden. Info. Ah, okay. Da ist auch noch ein Fahrzeug. Da ist ein Tankwagen. Da laufen noch welche rum. Hat der was dabei? Nein, hat er nicht. Da war aber gerade noch einer. Ja, in der Schüssel wird das Sinn machen, ne? Ja. Da ist doch der Adler. Ich habe ihn. Ja, markieren. Ah, da oben. Jawohl. Aber den lässt du jetzt erst mal. Ja. Damit wir mal eine Übersicht haben auf der Karte. Äh, den sieht man gar nicht auf der Karte, oder? Ja, auf der Karte siehst du den nicht. Nee. Wohl, warte mal. Der eine war hier unten hier irgendwie. Die können wir alle erledigen, indem wir auf den Ding schießen. Aber das machen wir erst mal nicht. Viele, 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 viele Leute. Ey, wir haben schon zwei Adler wieder. Hey, hey, hey. Der hat einen Verbandskasten dabei. Den wollte ich haben. Die der Dritte noch wäre, das wäre natürlich absolut. Ja, das wäre nicht schlecht, ne? Auch die ganzen Berichte, ey, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann müssen wir da noch rein. Da ist auch noch was. Da rennen auch noch welche rum. Also, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Radwürsteabnehmer. Ähm, was? Ähm, was halten Sie davon? Wie, wie machen wir das jetzt am besten? Von hier oben Snipern, oder? Nein. Nein. Nein, nein. Das ist doch... Fahrzeuge in die Luft, Jahn. Das fällt doch viel zu viel auf. Ach so. Was haben wir denn? Ich möchte, ich möchte es sehr gerne. Die Radaranlage erstmal zerstören. Nein, das noch nicht. Ich möchte erstmal die ganzen Leute hier wegmachen. Und zwar leise. Ach du Scheiße. Wir haben das so schön gemacht mit dem... Ja, aber das war auch eine andere Situation. Aber die Situation, die ist doch total einfach. Weil wenn du jetzt von hier aus snipers, findest du dann wieder nicht wieder. Wo die sind. Mhm. Verstehe sie. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Weil du snipers dann und weißt dann wieder nicht, wo die stecken. Ja, 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 ja. Und da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Man kann ja die Anlage neutralisieren, können wir ja immer noch machen. Mhm. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich würde gerne die Leute erstmal leise wegmachen. Weil hier sind es ja nicht so viele. Ja, stimmt. Dahinten ist noch so ein Panzerturm, sehe ich. Kann ihn, kann ihn natürlich hier. So ein Geschützturm, da können wir Flugabwehr, da können wir auch noch kaputt machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, pass auf. Die einzelne Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist, du bleibst hier oben. Mhm. Und sicherst mir den Arsch. Mhm. Hatte ich mir überlegt, glaubt ja. Was aber Scheiße ist, auf eine Art und Weise. Weil dann so kannst du in Ruhe noch einmal in den Dienst gucken. Und ich versuche alle leise zu holen. Mhm. Weil du kannst mir dann den Arsch retten, wenn da irgendwo, du bist ja schnell unten. Ja. Also, was halten Sie von der Idee? Ja, ich bleib erstmal hier oben. Okay, alles klar. Dann starte ich, du beobachtest alles. Und ich gucke jetzt, ob ich da irgendwie an die Leute rankomme. Wo wollen Sie anfangen? Ja, das sehen Sie gleich. Und zwar hole ich mir jetzt den Ersten, der hier hinten ist. So, ich muss ja hier nochmal rum. So, wenn ich renne, habe ich natürlich keine Kondition mehr. Ist ja klar. Ja. Den Ersten, den ich mir schnappe, ist der Kamerad da vorne. Du siehst, wo ich bin, ne? Ja, ja. Und du siehst jetzt, ob wir nicht zulaufen. Ja. Und den will ich haben. Das ist der Erste, den ich mir holen werde. Du musst die anderen dann in... Oh, das ist gut, dass du dich bewegst, Kamerad. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Du tust mir genau den Gefallen. Du tust mir den Gefallen. Der steht genau so, wie du den brauchst. Wenn er sich jetzt nicht bewegt, heißt es. Aber das wird er jetzt nicht tun, weil er jetzt tot ist. Da war. Ich hab da noch was gesehen. Da hat einer was gesehen. Okay. Aber wer? Nö. Und scheinbar noch nicht. Ich nehm den mal hier weg. Ja. Ich lege den mal hier irgendwo anders hin. Ich lege den mal hier hin, wo ihn keiner sehen kann. Ja. Doch, hier können wir aber einer sehen. Scheiße. Wenn du da jetzt runter gehst oder in dem Bereich, dann kannst du eigentlich mit Steinchen mal werfen. Und dir den nach und nach anlocken. Ja, Moment. Sonst ist nichts mehr zu finden. Man ist die kleinen Furzmolen dahinten, ne? Ja. Genau. Wie soll ich die anlocken? Ich muss mal gucken. Ja, ich werde dich schon irgendwie anlocken. Kameraden. Ansonsten, sag was, dann zerstöre ich den Tank, Alter. Ne, ne, ne. Ich versuche die mal anzulocken. Anzulocken. Könntest du den ersten, weil sonst kommt immer... Ach, ne. Da ist noch einer. Warte mal. Da ist noch einer. Wir hatten auch nur einen Verbandskasten. Ich guck mal, ich guck mal, ob ich die jetzt so ein bisschen überraschen kann, weißt du? Ach, der ist ja Kesselmann. Weiß ja nicht Kessler. Beinor Möller, einmal der Kapitän einer Schulfußballmannschaft. Oh, ich bin ganz nah an die Rand. Ja. Ganz nah, wie du. Wenn du jetzt auf den Tanker schießen würdest, wäre ich tot. Oh. Warum soll ich das tun? Sie sind doch nett zu mir. Ich überlege, ob ich den hier reinlocke. Warte mal. Ich versuche mal. Ich glaube, da ist jemand. Kommt der? Kommt, ne? Ja. Wer kommt? Ein Geräusch. Ein Geräusch. Ein Geräusch. Pass auf, jetzt kommt. Das Einzelgeräusch, was du jetzt noch hören wirst. Das ist der Kopfschuss. Der hat aber nichts. Ich nehme die Leiche und packe die man so. Das war der erste mit dem Steinchen. Kommen Sie mal her. Ich lege sie mal hinten. Dann bleiben Sie an der frischen Luft. Wir müssten, glaube ich, mal durch diese... Moment, ich wollte dich legen, Kollege. Nicht schmeißen. Minigeschichte. Da kommt jemand. Ja. Da kommt zwei, Mann. Zwei, zwei. Zwei. Okay. Super. Komm mal her. Hallo. Ein Geräusch. Komm mal schnell. Komm. Komm. Einmal. Das war's. Alle erledigt. Sauber gemacht, Herr Ochsten. Danke. Kann ich die Radarschlüssel schon hochjagen? Oder wollen? Warten Sie, warten Sie. Warten Sie. Ich gucke noch mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist noch ein Geschütz oben drauf irgendwo. Ja. Das möchte ich auch noch... Dann machen wir das zeitgleich. Ja. Was halten Sie davon? Ja, ich lege schon mal eine Rucksackladung. Ja, Sie können schon mal. Da bleiben Sie dabei. Ja. Wo ist das Geschütz? Ah, da ist es ja. Das brauche ich nur noch den Timer. Ja, ich mache auch eben. Die zählen. Rucksackladung ist dran. Timer wird ges... Pass auf, ich mache 3, 2, 1, los. Und bei los... Machen wir den... Ja. 3, 2, 1, los. Und weg. Wunderbare Arbeit. Jawohl. Hervorragend. Da kommen Fahrzeuge und ein Panzer. Okay. Ich ziehe mich zurück. Ziehen Sie sich zurück, die wissen nicht, was los ist. Oh ja. Ja, die sind ein bisschen nervös, aber das macht nichts. Bleiben Sie in Sicherheit. Ja. Die haben eine Leiche gefunden, was ja nicht schlimm ist. Ist ja grundlegend nicht verkehrt. Und jetzt... Machen wir mal ein bisschen Rummelwummel. Da sind zwei Panzer. Kannst du von da hinten auf den Ding schießen? Pass auf, da kommt noch ein Video zu dir, glaube ich. Da sind zwei Typen. Das wollte ich dir gerade vorschlagen, aber... Ah, war zu spät, ne? Du hast leider... Du hast leider ein bisschen zu schnell. Ah, ich kann den Pass gar nicht so schnell ansiedeln. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bleib schön unten. Ja. Ja. Scheiße, meine Dickung ist aufgeflogen. Scheiße. Ich muss weg. Ja, verstanden. Ich muss mir eine andere Deckung suchen. Weil die Arschlöcher wissen, wie es nicht so schlimm ist. Was soweit nicht so schlimm ist. Wer vergranate! Ja, du kannst Granate schmeißen, ist mir egal. Du weißt eh nicht, wo ich bin. Okay. Meine Dickung ist auch aufgeflogen. Brief aus der Heimat. Jawohl. Okay, wir warten. Oh, mich hat irgendwas gesehen. Wer hat mich jetzt gesehen? Da kommen welche Scheiße. Einer kommt hier hoch. Ja, die möchten gerne hoch. Und bleib locker, bleib locker. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Wenn die dich nicht finden, machen die eh nix. Da hinter ist noch einer. Drei Stück sind da. Ich bin gleich tot. Nimm doch ein Dings. Hab ihn nicht mehr. Ich will das nicht die Großen. Ja, nimm kleine, reicht. Ich mach mal ein bisschen Humble-Bammeln. Oh, ich geh vor mir. Okay. Der Panzer fährt schon mal nicht mehr. Okay. Du bist tot. Du bist tot? Nein, die sind tot. Kann ich speichern? Ja, mach mal. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht speichern. Guck dir mal eben durch. Komm, Junge, drehen. Wir kommen auch geflogen. Na, hat's ja bei mir gerade auch gesagt. Hey. Der Schütze ist down. Ja, ich hab's gesehen. So, ich guck mal, ob ich hier... Oh, der hat mich. Ja. Soll ich den denn jetzt... Oh, der hat uns ein Snipe. Oder sogar zwei. Ja, lass mal, lass mal. Du kannst mir eh nicht helfen. Meinst nicht? Nein, nein, ich verblute. Du kannst nicht hier rüberkommen. Du bist auch viel zu weit weg. Das schaffst du nicht. Alter, wer schießt denn da? Ich bin gleich verblutet. Da oben sind zwei Snipes. Ja, ja, ist ja schön. Wir brauchen ja auch zwei Snipes-Berichte. Ich bin down. Ja. Okay, ich mach mal einen Kontrollpunkt neu starten, Leute. Ihr seid dabei. Mal gucken. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Aber wie es weitergeht... Ja, Moment. Mal gucken, ob wir da sind. Alles klar. Wir sind da oben. Und wie es weitergeht, Leute. Sehen wir beim nächsten Mal. Also macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.